Abgelehnt, der Lieb. Die Führung hat abgelehnt. Sie müssen am Dorf bleiben. Sie also auch, Leutnant Werner. Tut mir leid. Wahrscheinlich ist es ganz gut. Wer weiß, was für ein Leutnant, die ihn geschickt hätten. Ein von den Quechsen vielleicht, von den Nassbroschen-Typen. Auf Wiedersehen. Die Meilen, von Küste zu Küste. Eng, würde ich sagen. Hier sind die britischen Docks. Die Einzelnen, die Tommys im westlichen Mittelmeere barrieren können. Sie werden die Anlage zu schützen lassen. Der Wacher kippen jede Menge. Alles, was schwimmen kann, wird im Einsatz sein. Das ist ein Leutnant. Das ist ein Leutnant. Das ist ein Leutnant. Ich möchte euch da wieder zurück, auf eine Koronation. Jetzt die Situation in Europa, alles напряжend ist. Wir müssen wissen, wie wir uns in europäischen Stoliken относятся. Ich bin sicher, dass diese Arbeit ist, Herr Stahl. Ich danke Ihnen, Herr Stahl. Aber ich bin allgemein, nicht diplomat. Ich bin sicher, dass ich die Parade auf der Красной площади bereit bin. Parade – das ist sehr wichtig. Was ist das deutsche Geschehen? Wie soll ich einen Namen machen? Ich höre den Namen. Aber statt das Angriff, muss er schon mit dem Rollen sein. Ja. Ich glaube, wir müssen weiter möglichen Verschütteln. Es bleibt nicht mehr Zeit. Aber der Führer ist so zuversichtlich, dass er die Lage meistern kann. Er ist sicher, dass der Angriff von Steiner alles zum Glück nennen wird. Ich habe ihn mehrmals sagen können, dass dieser Angriff das gesamte Kriegsgeschehen beeinflusst wird. Jeder in der Umgebung des Führers weiß, dass das ein Hörnungsgeschehen ist. Fantasie. Ich würde mich wundern, wenn er das so anlauft. Ich weiß nicht, warum soll er das so heißen? Warum soll er denn ein Spinnerin spielen? Was hat er denn noch zu verlieren? Ich dachte, wir haben letztendlich mit dem Jungen hierher und dem Jungen des Führers war, aber was passiert. Ich weiß nicht, 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 ich weiß nicht.